Guten Morgen aus Berlin, die neue Corona-Zahlen aufbreitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 55.889 Fälle wurden gestern registriert. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Plus von 112 Prozent. Das ist hier der vierte Tag in Folge mit mehr als 55.000 Fällen und der neunte Anstieg hintereinander im Vorwochenvergleich. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut kräftig von 303 auf 3,36. Der Sieben-Tage-Schnitt liegt nun bei 42.448. Die Zahl der aktiven Fälle liegt erstmals seit dem 14. Dezember im Vorwochenvergleich wieder im Plus. Und der Sieben-Tage-Schnitt der neuen Fälle liegt nun schon 52 Prozent über Vorwochenniveau. Damit erreicht die Dynamik ein außergewöhnliches Niveau. Werte über 50 Prozent gab es bisher nur ausnahmsweise. Und in kurzen Episoden, wie man hier sieht. Der große Schülerschub nach dem Ferienblatt weiter aus. Der Anteil der unter 15-Jährigen an den neuen Fällen lag gestern bei 14 Prozent. Das entspricht in etwa dem Bevölkerungsanteil dieser Gruppe. Aktuell weiter besonders stark unterrepräsentiert ist die vulnerable Altersgruppe 60+. Ihr Anteil an den neuen Fällen lag gestern bei 9,3 Prozent und damit so niedrig wie seit dem 19. September nicht mehr. Weiterhin deutlich überrepräsentiert unter den neuen Fällen sind dagegen Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 34. Nach Bremen und Berlin wird auch Schleswig-Holstein mit Erreichen der 500er-Schwelle bei der Corona-Inzidenz pink auf der RKI-Karte. Die nächsten Kandidaten sind hier Hamburg und Brandenburg. Die Zahl der Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 500 steigt binnen nur eines Tages von 26 auf 43. Und die Stadt Bremen erreicht als erster Kreis in der Unkornwelle den Schwellenwert von 1.000. Die Inzidenz liegt hier heute bei 1.252. Sie hat sich damit in fünf Tagen mehr als verdoppelt. 268 Corona-Tote sind gestern gemeldet worden, 84 mehr als vor einer Woche. Insgesamt sind wir damit in der laufenden Woche bei 1.677 Verstorbenen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.